Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Camping. Ich bin heute will auf die Jagd nach dem Decke und heute habe ich das Spiel Call of Antia. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, das ist mein einer kleiner Account. Ich hatte noch einen anderen größeren. Denke ich. Aber egal, ich spiele mit denen hier weiter. Wenn der schon von vornherein da ist. Oh, habe ich doch bezahlt. Ich dachte, das wäre umsonst. Mist. Miest. Ah, der ist umsonst. Ah, umsonst Geld muss gehen. Typische Beschwörung. Typisch bezahlt. Naja, was soll's. Gut. 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 muss ich die hier wahrscheinlich noch aufwerten, verbessern, es dauert eine minute, schau es noch nach, okay war das aufwärtig, neu, das ist auch fertig, jetzt habe ich eine epische beschwörung, lass mal erst mal, oh, level 150 sind die schon, oh, shit, soll es, ich habe noch rot, grün und gelb, rot, rot, ach, hier war ein grüner Fesen, ach, gehen wir in der Mitte durch, da ist ein grüner, letzte Welle, okay, schau mal, es ist grün, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, so, jetzt, die lilanen steine verschwinden, Shhh. My arms cannot die. You will all obey me. You are the source of mir. Yuh. Da ist ein roter, jeder blau, der ist ein grün, oder der gelbe. Der coole ist, wenn ich mit den gamen hier schieße, habe ich hier wieder neue gamen, um mich grad zu sehen. Da, bop, 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 sechs Stück. Ist das gut? Okay. Bitte, ich habe ihn. Und dann kommt jetzt der nächste dran. Lichtturm. Roh, blau, lila, grün. Oh, ja. Oh, ja. Oh, hm. Hi, Ihr Schügel. Ja, blau. Annen wir, den grün. macht den blauen nicht kaputt bitte wir bringen wir nichts da blau und dauert Nein, noch nicht. Ach Mensch, jetzt bringt mir nichts. Aber ich glaube, ich muss gleich gelb nehmen. Ach, Lila. Den Drachen? Holst du den Drach mal an? Ich fand er nicht benutzt, ja. Loh. 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 doch wie lehm hat er Tiger Strike Die Kasse zieht immer fast ein ganzes Leben ab, das ist gut. Oh oh, zwei hellen der Hund, aber er ist auch mit der Katze. Die dunkle Mache, wieder alles von der Welt hier. Blau, Rot, Grün, Gelb. Diesmal warte ich nicht, die er ist unab, benutzt vom Pornerein jetzt auch. Die Hähnfähigkeiten. Blau habe ich. Lila habe ich nicht, aber Rot. Trotzdem möchte ich Lila hier benutzen. Grün hellen Fähigkeit. Oh, tschüss. Äh, ganz normal? Drei ganz normale Gegner da. Oder sind die nicht normal? In wenig Schaden auf jeden Fall. Der ist die Kraft. Das ist die Kraft. Hm. Oh, wie ist das? Okay. Ah, gerade. Wieder frei. So, da geht's den Trott. Ich wache. Mach jemanden kaputt. Nee. Aber jetzt. Jo, einer dauert. Zwei dauert. Ja. Okay, jetzt ist er down. Einmal blau. Oh, hat gereicht. Loll. So. Alle drei Heldenprüfungen gemacht. Ich beschwöre mal den hier. Dann beschwöre ich den nicht. Aber... Äh, auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Gut. Gut. Oh, 55 Euro. Wer hat ihn verbessert? Hier ist auf jeden Fall ein roter Punkt, ja. Das heißt... Mein Team bearbeiten... ...geht nicht. Sondern egal. ... ... ... Oh, 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 oh. Hmm. Was ist das? Okay. Dann spiele ich hier noch still. Die zwei Runden. Meine Frau hat geschrieben aus Indonesien. Schreibe kurze Nachrichten. Guten Morgen. Morgen. Ich mache, sagte, mein Video. Miley, smiley, smiley. Okay. Ich habe hier alles. Morgen. Okay. Okay. Ich mache gerade Sauron. Von Herr der Ringe. Wie soll mein Drachen benutzen? Und da ist er. Okay. Erstmal. Der Gold. Oder Gelb. Danach Kuckuck. Heilung, oder? Ja. Schönen. Ja. 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 Ich habe hier. Ja. 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 Na. Ah, hier ist nur Level 10er, das ist jetzt mein richtiger Charakter, gut, blau, grün, gelb, rot, der ist schwach. Achtung, ich geh hier lieber aus, einmal kurz zu, und geh hier auf Helden. So, Level 10, Aufstieg. Der Rote noch an mich. Ja, Level 10 noch. Aufstieg. Level 10. 15. Ups, ich hab fast geglaubt. Hier, den wollte ich drücken. 15. Ah, geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das die besten Helden sind. Ich nehme einfach die, damit ich alle Farben habe. Lieber muss sie noch verstärken, damit sie stärker wieder blaue sind. Gut. Gut, dann. Warte mal, da ist noch Vorrat. Und hier, kostenlos. Ah, das ist die ganze Zeit der rote Punkt gewesen. Jetzt ist er weg. So, das war das Lager. Und dann geh ich zur Kampagne. Auf 3. Und dann auf 2. Starten wir. Jetzt kommt das erstmal meine richtige Kampagne. Die anderen machen ja alle immer so 150 stark. Puh, das geht aber schnell. Okay. Jetzt kommen die Heldenfähigkeiten dran. Einmal rot. Einmal grün. Einmal grün. Einmal grün. Einmal grün. Ein guter Fluss. Ja. Rache. Fertig. 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 Jetzt habe ich das alles Kapitel 3. Fertig. Nee. Habe ich das nicht. Du bekommst. Dann krieg ich noch ein. Komm. Werte. Ja. Zwei Stücke. kann ich jetzt noch machen die kampagne weiterspielen das rote ist glaube ich, was ist das hier? und der da? der rote, das ist glaube ich ein boss, ein zwischenboss, würde ich sagen das ist glaube ich Are you ready? Down. Und der nächste Down. Well, eins. Fertig. In der vierten Runde. Ich muss ja mindestens in der 15. Runde fertig haben. Okay. Die sind schon mal drauf. Der ist auch da. Und da war eine Kiste, die habe ich stehen lassen. Okay. Und dann benutze ich die ganzen Heldenfähigkeiten. Jetzt ist immer noch Rund 6. Der hat zwei Leben. Jetzt noch eins. Oh, das war's. Mein Drach war noch nicht da. Hm, na gut. Wer ist diese Morella? Sie ist der Isis. Was muss der... Ah. Wenn ich den fertig mache, kriege ich bei denen hier weiter ein Ausdruckzeichnet, ein Geschenk. Das ist gut. Ich habe damals auch... Was weiß ich, ich habe auch schon mal das Spiel gespielt. Wie hieß das? Puzzle and Conquest. Bei denen kam ich auch von mir nicht mehr weiter, weil ich immer meine Stärke unter den ganzen Leuten aufgeteilt habe. Ich habe mal probiert, den letzten am stärksten zu machen. Und... Problem ist ja, dass man macht, dass man probiert, alle gleich stark zu halten. Da kommt man ja vor allem nicht mehr weiter, weil es dauert viel zu lange. Bei denen würde ich jetzt ja so machen. Nur auf jeder Farbe einen stark machen. Schauen, ob es dann leichter ist oder nicht. Aber bislang scheint es so zu sein. Also es ist vielleicht mal das Beste. Ein Team so wie das hier. Bis auf Maximums leveln. Und dann erst die anderen hinterher leveln. Nach und nach. Okay, die letzte... Nein, doch, doch, die letzte Welle jetzt. Das Problem, was ich bei diesem Thema habe, ich habe keine Heile. Nein, doch, da muss sie in der Mitte sein. Aber das war auch unfair. Es waren jetzt vier Runden. Ah, ich muss die Stufe schaffen. Es waren vier Runden und musste trotzdem in 15 Runden das fertig machen. Wo ist es eine ganze Runde mehr? Ich darf ja auch hören, die Gegend ist so stark, ne? Egal. Ich denke schon wieder so viel nach. Okay, nochmal ein System. So, jetzt kommt hier Nummer zwei. Das habe ich doch. Nummer drei. Und Nummer vier. Letzte Runde. Ich bin in Runde sechs. Ja, das ist sechs. Runde sieben. Jetzt kommen wieder meine ganzen Helden dran. Ach, dann wird er nicht überlegen. Ich komme eigentlich noch nicht mal einen Schlag hin. Da unten ist er. Kiste. Okay. Nummer sechs. Ich war doch schon die ganze Runde ja fertig. Ist ja easy. Das ganze Kapitel Nummer drei. Guck mal, ich mache den runter. Ja, nicht so. Ich mache den so runter. Dann sind die drei weg. Habe ich hier ein Drilling und ich hoffe, da drunter auch. Nee, leider nicht. Ach. Okay. Okay. Ich glaube, der wird ein bisschen schwieriger. Oh, jetzt. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Boah. Der Rote fast da rum. Alter, sieh. Eintracht weg. Das Ölterbräuchte ich nicht mehr zu kämpfen. So knapp. Doch, doch, das schaffe ich. Er ist rot. Ich brauche da kein Rot. Blau. Blau ist stark gegen Rot. Schafft, aber knapp. Überspringen wir dich da. So, dann gehen wir zurück in der Stadt. Level ein Helden auf 30. Ich gehe jetzt zu meinen Helden. Ja, ich habe hier ein, zwei, oh, das ist nur ein Drei-Sterne-General. 222. Und der Lilane auch. Okay, wir haben jetzt, äh... Und das sind meine fünf Kämpfer. Ich muss einen auf Level 30 aufleveln. Neu, das muss ich auf allem fünf, wenn es geht. Hm, geht aber nicht. Aber jetzt habe ich das auffällig. Kapitel 4. Und schon zwei weitere Kapitel fertig. Ich schließe die wir für 4 ab. Ich habe jetzt zwei Spiele in der Arena. Die habe ich erst bei 4, 3. Oh, da geht es mit der Arena los. da ist ein roter punkt oder mit 10.000 ich habe jetzt noch dadys also ich muss nur mal beikämpf machen ne warte 5 kostet einer was war das 100 naja kirche ich kombiniere die beiden geht das ok aber ich sag mal jetzt das hier ist die letzte und du denk ich mal das ist auch nur ein leben ist nicht gut für dich da kommt der drache und er ist rot also blauer angriff habe ich die truhe bei den einen abgeholt ich musste auch auf 4.3 gehen damit ich die arena kriege und das will ich noch machen ich will das noch machen weiter dann habe ich meinen ganzen daily sind fertig gut oder ok ja perfekt ja die rote stelle jetzt kombo lila ok 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 schon wieder die da hier geld bringt mir gar nichts da da genau das hat gelb gerade nur was gebracht weil es halt eine kombo war ne aber nun mal hier kombo 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 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 9 9 10 11 12 12 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 6 10 10 10 10 10 9 10 10 11 11 13 11 Es ist nicht für die Fischung. Es ist nur für die Böden. Die Scherke sind meine Freunde. Na gut, dann werde ich mal sagen, das war es für heute. Ich werde nochmal hier zwei Sachen bauen. Ah, aber welche zwei? Also die eine ist ja jetzt gerade hier am Bauen. Zwei von Fischung. Eine Stunde? Eine Minute? Da geht... Oh, hier kostet nichts. Was ist das? Ein Trunk. Wow. Der ist auf Fischung. Da muss ich sagen, ich nehme den hier noch. Zehn Minuten. Du machst nur den Borg. Oh, okay, geschah. Komm schon. Das ist so graurig. Ich bin doch fast fertig. Heißt, ich kann wieder auf den Löffel. Ach, hier. Alle beiden Spucken. Der Fein. Was machst du da wieder? Mit am Schlafen, ne? Das ist doch erst 2 Uhr. Oh. Oh. 3... Ich spiele schon eine Stunde in das Spiel. Warte mal, ich bin jetzt 2 Uhr aufgestanden. Hochfallspiel installieren und und und. Vielleicht 15 Minuten. Also 45 Minuten spiele ich schon. Ungefähr. Ah. Die Zeit vergeht. Man hat einfach so wenig Zeit zum Spielen. Und beim Wach die ganze Zeit... Oh, oh, oh. Schlimm sowas. Jetzt sind alle auf 30. Ich hab's geschafft. Ja. Ich bin so glücklich. Jetzt muss ich trotzdem noch einen Kampf machen. Warte mal, Arena war... Gab's die jetzt schon? Ah. Arena. Ich muss 4-3 besiegen. Also es wäre jetzt eine Kampagne denn. 4-3. Dieser Boss hier. Den muss ich besiegen. Damit ich hier weiterkomme. Okay. Gleich mit Lila hier rein. Gleich Lila rein knallen. Baf. Oh, hier wieder. Und. Da. Knallen wir Rot hinterher. Und. Und. Ich krieg schon jetzt Fisch an. Gold. Der Halt. Oh. Ja, das ist... Oh, nice. Nein. Okay. Die letzte Chance. Jetzt müssen sie sterben. Sonst ist der weg. Der weg. Auf jeden Fall. Okay. Der. Okay. Eine Boss, der immer heilend. 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 Der ist, äh, down. Der hat gelitten. Bam. Back ist er. Da. So. Dann habe ich das Kapitel jetzt aufhört, wenn ich zwei Kämpfe mache, ne? Ne. Kapitel nicht. So einen auf Level 40, glaube ich, machen wir das. Oh, ich darf den Drach nicht benutzen. Okay. Den grünen benutzen. Der bringt mir nichts. Der schießt ins Leere. Der trifft mir nichts ins Eimer. Na, egal. Oh. Oh. Gott. Ein Kugelfisch hat den. Oh. Weg ist der Kugelfisch. Nein. Noch nicht. Aber jetzt, äh. Was ist das denn da hinten? So am Schluss mal lebter Kugelfisch. Das müssen wir auch machen. sieg und ich musste ein kopf in der eine mensch stärken 26 27 27 26 26 26 ich dachte nicht eigentlich hm ok, ich nehme jetzt die beiden hellen, bevor die sterben das ist doch bei dem wahrscheinlich noch warum ist der tank hinten? hm ok, schwach, grün ist stark hier steht meine kraft ist 6000 bin ich das wohl? hm, muss ich mal gucken akash ich bin akash hm, und hör jetzt muss ich noch kapitel 4 abschließen das werde ich denke ich meine letzte grad nicht schaffen weil meine leute noch ein bisschen zu schwach sind aber das hier könntest du nochmal machen ach, was geht das? 4, 6 das ist hier noch was oder? ah, eine kiste bei 4, 6 also ich müsste vier abschließen damit ich die letzte quest machen kann Mensch ich möchte das voll gerne noch machen die letzte quest warum leuchtet der rot? aufstieg aufstieg die anderen leuchten nicht rot dass wir dafür immer bestimmte Sachen haben ok das heißt ich kann also die jetzt bam 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 alles geben was ich habe ok, das war alles vielleicht geht es in einer Kampagne ein bisschen leichter jetzt ich habe gar keine energie mehr doch hat sich das wieso erledigt also dann würde ich mal sagen das war es für heute ich kann nichts mehr machen so benden kann ich auch nicht dann benden wir das spiel so ha dann sage ich mal dankeschön für zuschauen ich freue mich wenn auch noch nichts mehr beiseite bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf Wiedersehen Tschüss